Hans Petsch habe ich kennengelernt über Andreas Beuermann, der mit ihm eine der allerersten Europaschallplatten gemacht hat, nämlich Max und Moritz. Und diese Platte besaß ich auch zu Hause. Und als ich dann eben die Chance kriegte, Hanni und Nanni als Folge zu realisieren, da war mir ganz klar, da muss Hans Petsch ran. Es wurde immer der Erzähler gesondert aufgenommen. Wir hatten eine kleine Extrakabine, in der dann Hans Petsch saß. Ich konnte mal was einspielen, aber er hat nie in Rolle mit den Mädchen mitgespielt. Das gibt es nur ein einziges Mal bei Alfred Hitchcock in den drei Fragezeichen, dass da der Erzähler auch mitspielt. Überhaupt war das Aufnehmen bei uns ja früher nicht unbedingt nur so wie heute. Man kommt, man macht seine Arbeit, sagt noch vielleicht schön Hallo und trinkt noch eine Tasse Kaffee und dann geht man wieder weg. Nein, nein, wir haben schon auch miteinander Spaß gehabt. Im Garten, wir sind auch mal rudern gegangen, dass man ein bisschen frische Luft kriegte zwischendrin. Also ihm hat es immer Spaß gemacht. Als Menschen habe ich ihn erlebt als einen ausgesprochen bescheidenen, sympathischen, liebenswürdigen, ja er war achtungsvoll. Ich kann mir gar keinen Menschen vorstellen, der derartig reizend und nett ist bei aller Berühmtheit oder beziehungsweise er hat ja eigentlich gar nicht die Berühmtheit gekriegt, die er hätte haben sollen. Er war einfach rundum ideal, wunderbar und wir waren auch befreundet später. Wir waren auch zusammen zweimal auf Elber mit seiner Frau und seinen zwei Dackeln und ja, es war eine wirklich gute Freundschaft. Für mich war er damals schon mehr ein Onkel vielleicht. Also schon jung und der Jugend gut zugetan und eben auch, wie ich schon sagte, liebenswürdig ohne Ende, ganz herrlich. Aber auch zurückgezogen und liebte sein Leben mit seiner Frau, mit seinen zwei Hunden, ganz schön hier am Rande von Hamburg. Also einfach die Qualität seines Sprechens, dieses wunderbare Deutsch, was er spricht, dann ist einfach, was er sagt, wenn er spricht, ist für mich fast wie Musik, wie Melodie, eine wunderbare. Und das kann man auch daran messen bei Hanni Nanni und bei anderen Sachen, die wir miteinander gemacht haben. Ihm konnte man auch immer sehr schön Musiken unterlegen, das passte zu seiner Stimme. Einfach dieses schöne, warme Tambour, das ist unglaublich schön. Es ist eben nicht umsonst millionenfach der Märchenonkel geworden.